In der Küche Hast du eine neue Küche? Was willst du heute kochen? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Kartoffeln schälen? Soll ich den Salat waschen? Wo sind die Gläser? Wo ist das Geschirr? Wo ist das Besteck? Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Korkenzieher? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Kannst du den Fisch in dieser Pfanne? Krillst du das Gemüse auf diesem Grill? Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier ist die Gläser, Pläte und Nipken. Die Gläser gibt es noch mit dem Korken. Bis zum nächsten Mal! Was ist das zu spüren?